Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsadaily.de und ich präsentiere Ihnen den I&G Markets Morning Call für Dienstag, den 2. November. Gut, wir beginnen zunächst mit dem normalen Tagesschart im DAX. Wir konnten am Vortag mit einem Gap-Up eröffnen und sind dann direkt hochgestiegen bis 15.849 Punkte im Tageshoch. Danach ging es wieder etwas bergab. Wir sind dann mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleineren Kerzenkörper aus dem Handel gegangen. Zudem haben wir hier noch das Gap offen vom Vortag und wir sind dann bei 15.806 Punkte per Handelsschluss gelandet und notieren vorwürstlich am heutigen frühen Dienstagmorgen wieder tiefer unter der Marke von 15.800 Punkten unter dem Widerstand bei 15.780 Punkten. Damit geht der Kampf um den Widerstandsbereich bei 15.800 Punkte zunächst weiter. Höchstwahrscheinlich werden wir hier das Gap vom Vortag schließen, dann erneut hier den 10er EMA anlaufen und in diesem Bereich könnten wir dann wieder nach oben abdrehen und einen erneuten Angriff auf den Bereich um 15.800 Punkte starten. Sollte hier dann ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelingen, dann wäre mit einem weiteren Anstieg Richtung 16.000 Punkte zu rechnen, wo sich ein massiver Widerstandsbereich befindet. Zum Vergleich schauen wir uns hier den S&P 500 an, der sich direkt an der unteren Trendkanalbegrenzung des langfristig steigenden Trendkanals befindet. Auch am Vortag konnten wir diesen Trendkanal nicht erobern, wir haben allerdings ein neues Allzeithoch bei 4.620 Punkten markiert, sind dann aber mit einer sehr bärischen kleinen Tageskerze direkt unter dem Trendkanal aus dem Handel gegangen bei 4.613 Punkten. Im großen Bild im S&P 500 befinden wir uns direkt hier an der oberen Trendkanalbegrenzung des jahrelangen Trendkanals im Wochenchart und auch hier sind wir ja immer wieder nach unten abgeprallt und befinden uns daher hier in sehr dünner Luft. Es bleibt abzuwarten, ob wir hier einen Durchbruch, einen nachhaltigen Durchbruch nach oben schaffen und dann hier nach oben ausbrechen können. Das wäre natürlich dann ein langfristiges Longsignal oder ob wir in diesem Bereich dann doch wieder nach unten abdrehen und hier eine erneute Abwärtskorrektur einleiten, die dann natürlich auch Auswirkungen hätte auf den DAX, der dann ebenfalls höchstwahrscheinlich wieder unter Druck geraten dürfte. Gut und dann kommen wir zu unseren Short und Long Bereichen vom Vortag im DAX. Da hatte sich der Short-Bereich zwischen 15.750 und 15.800 Punkten befunden. Wir konnten dann etwas weiter ansteigen bis 15.849 Punkte, blieben aber dann weitgehend hier im Short-Bereich und notieren vorgerüstlich wieder etwas tiefer. Wie gesagt, unter der Marke von 15.800 Punkten aktuell bei 15.780 Punkten am frühen Dienstagmorgen. Der Short-Bereich bleibt für den heutigen Dienstag unverändert zwischen 15.750 und 15.800 Punkten hier direkt am Widerstand und der Long-Bereich unten bleibt bei 15.510 bis 15.560 hier im Bereich des 50er EMAs ebenfalls unverändert. Gut und damit wären wir dann wieder durch mit dem Ian G. Markets Morning Call für den heutigen Dienstag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Mittwoch mit dem Ian G. Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Trading. Vielen Dank.